Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FostPunk. Unsere Hoffnung sinkt leider etwas, weil unsere Stadt beschmiert wurde. Und ja, da haben sie uns gleich mal ein paar Leute mehr abgeluchst, die bösen... Ich weiß gar nicht, wie ich euch nennen soll. Rebellen? Keine Ahnung. Rückkehrer? Ich weiß echt nicht, was die da wollen. Also das ist doch... Das ist reiner Selbstmord, was die hier vorhaben. 20 Leute, die sich in den Tod stürzen. Ich weiß nicht, warum man das tut. Aber gut, wir müssen immer noch alle Hungrigen versorgen. Und wir haben ja zwei Spielerteams. Das ist ziemlich genial. Das ist sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, wir haben sehr, sehr viel Stahl. Ob ich das hier mal ummodelliere und die Leute dadurch anders einteile. Dann würde ich ihn vielleicht eher zum Sägewerk schicken. Ich habe gerade Zeitmaschine gelesen. Zeitmaschine forscht. Yay, Zeitmaschine forscht. Okay, so und jetzt würde ich gerne die Fabrik machen. Oder das Außenpostendepot. Ach Gott, jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden. Und hier sind natürlich auch hunderte Sachen dazugekommen. Ja. Es wäre auch gut, die Reichweite wieder ein bisschen zu erhöhen, tatsächlich. Oh, verbrennt weniger Kohle. Oh. Oh je. Verbesserte Heizkörper. Ach Mensch. Überlastungskupplung ermöglicht die Erhöhung der Temperaturen ein Wärmezone um zwei Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Wie mache ich das denn? Wenn ich das noch nicht weiß, lasse ich das erst mal. Sammelstellenwärmedämmung werden wärmer. Aha. Wow. So viele Sachen, die ich alle gerne hätte. Ah, und wir könnten uns um mehr Nahrung natürlich auch bemühen. Ich dachte, ich würde jetzt leichter mich entscheiden können. Aber ich glaube, der Außenposten wird es sein. Hm. Oder die Fabrik erst mal. Oh, die Fabrik kostet uns auch wieder einen Dampfkern. Aber gut, die haben wir jetzt gerade. Das dauert neun Stunden, neun Stunden, beide. Was macht das hier? Also, durch den Einsatz eines neuen leichteren Schlittendesigns können sich schwer 50%. Wow. Wow. Ich überlege immer, ob es sinnvoll wäre. Meistens bei Rollenspielen ist ja eher so, dass man lieber einem Strang folgt und den vollkommen ausbaut, dass man hier unten auch mal ankommt. Das werden wir nie schaffen, in diesem Spielstand hier unten anzukommen. Ähm, ja, wir tümpeln hier immer so auf den ersten rum, weil ich irgendwie alles haben will. Ist natürlich ein bisschen doof. Was ist hier? Er ermöglicht den Bau von Hütten der fliegende Jäger. Der hier ansässige Jäger jagend... Äh, was? Der hier ansässigen... Die hier ansässigen Jäger jagend jede Nacht... Okay. Jagen jede Nacht und spüren ihre Beute im eisigen Ödland außerhalb der Stadtgrenzen aus der Luft auf. Sie liefern bis zu 30. Guck mal, das ist genauso viel wie hier das Treibhaus. Da können wir auf das Treibhaus scheißen. Entschuldigung, die Wortwahl. Aber das ist viel besser. Es braucht auch keinen Dampfkern. Und das hier macht weniger Leute. Oh, das wäre auch gut. Das ist alles voll gut. Oh je. Okay. Womit machen wir uns gerade am meisten Freunde? Eigentlich mit den Fabriken, weil wir die Prothesen bauen können. Außendepot bringt uns sehr viele Rohstoffe, die wir auch noch... Ja, das Außendepot ist eigentlich auch eine gute Idee, weil wir das später angeblich nicht mehr bauen können. Das hat mir jemand verraten. Ich weiß nicht, ob man das schon leicht Spoiler nennen kann, aber mir wurde gesagt, wenn der Sturm kommt und es richtig kalt ist, dann funktionieren die Dinger hier nicht mehr. Komm, ich mach das jetzt, weil ich weiß, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert. Oh, da ist so viel Gutes dabei. Es ist echt schwierig, sich zu entscheiden. Und ich wette, dass sich da jeder anders entscheiden würde. Oh, sie sind zurück in der Stadt. Sehr schön. Dann schicken wir die jetzt erstmal direkt los, weiter. Da geht ja schon jemand hin. Ja, hier, das ist alles jetzt so weit weg. Waren wir hier noch gar nicht. Ein Tag, sechs Stunden. Wow. Winterheim, da will ich natürlich gerne hin. Hier kann ein Außenposten, ja vor allem deswegen, hier kann ein Außenposten gemacht werden. Und wir kriegen immer an einem Tag 150 Häuser. Das ist extrem geil. Das ist eine Kohlemine. Vielleicht können wir hier auch einen bauen. Ah. Die sind noch unbekannt. Achso, deswegen wissen wir das nicht. Also hier wüsste man schon, dass man einen hätte, obwohl wir auch noch nicht da waren. Ich überlege fast, wenn ich mir hier auch die Tage angucke. Wow, das sind übelst lange Tage. Ob ich erstmal zur Kohlemine und dann weiter nach Winterheim gehe. Wir haben ja zwei Spieljahrtrupps, das wäre möglich. Komm, das machen wir mal so. Wer das dann doch ganz schön weit auch wieder zu Winterheim ist. Also jetzt von hier, von der Stadt aus natürlich. So. Das könnte langsamer aus. Wir haben ja schon was Neues gemacht. Hungrige werden... Wow. Oh Gott, haben wir jetzt viel essen. Warte, warte. Moment. Dann mach doch nicht das olle Essen. Dann mach doch das Gute, wenn wir gerade so viel haben. Jetzt hätten wir auch endlich mal, wo wir gerade so viel haben... Ist hier gerade irgendwas... Ne, ist nichts aufgegangen. Okay, hat sich gerade so angehört, als wäre hier was aufgegangen. Ähm, da hätten wir endlich mal das mit dem Vorrat sogar machen können. Wir haben jetzt sogar einen Vorrat. Obwohl ich nicht weiß, ob der Vorrat reicht. Oder ob die damit noch nicht zufrieden wären. Cool, ist auch gerade richtig gut. Wow, wir kriegen doch immer mehr zusammen. Hier die Fabrik würde uns 16 Leute wahrscheinlich zurückbringen, wenn die denn alle mit Prothesen wieder arbeiten könnten. Vor allem, wenn wir die 20 hier verlieren. Ist das nicht schlecht? Ich mach mal lieber schnell. Oh, ich seh gerade, unser Lager läuft mit Holz zu. Moment. Ich kann hier nur eine Sache, ja. Das geht nur eine Sache. Wir könnten noch ein Lager bauen. Das sollten wir vielleicht machen fürs Holz. Ähm, wo war denn das Lager? Hier wahrscheinlich. Rohstoffdepot. Ich baue das hier einfach mal dazu. So. Dann wissen wir, dass hier die Lagerstätten sind und wir da immer nur hingehen brauchen. Ach, guck mal. Das Gesetzbuch war fertig. Ich hatte deswegen das Geräusch. Hat mich schon gewundert. Ähm, wie sieht's gerade aus? Unzufriedenheit ist wieder gestiegen. Dann würde ich mich gerne um die Unzufriedenheit kümmern. Was hatten wir denn da Schönes? Hat die Unzufriedenheit? Ja, tatsächlich. Okay, Leute. Das, ähm... Ich hoffe, dass die das schön machen. Also, ich hoffe, hier wird ordentliche Kampfkunst gezeigt und niemand verletzt sich. Aber danach sieht's ja ja nicht aus. Aber, aha. Na. Es tut mir leid. Oder warte mal, macht das auch... Ach nee, das ist ja nur, wenn... Bei Hoffnung, wenn jemand gestorben ist, da bringt uns nix. Was macht das hier? Achso, die... Die haben wir verwirkt. Das auch... Hier ist auch sonst nichts mehr. Wir kriegen gar nichts mehr dazu. Schade. Dann nehme ich das jetzt. Komm. Hier. Ihr kriegt ne Kampfarena. Viel Spaß. Haut euch um. Aber nicht zu dolle. Ich baue euch kein eigenes Krankenhaus. Könnt ihr vergessen. Oh Mann, was habe ich da nur gemacht? Ich bereue es jetzt schon. Hier findet jeden Abend ein Kampf statt, was die Unzufriedenheit verringert. Also, da steht nicht, dass sich jemand weh tut. Und ich hoffe mal, dass das auch so ist. Ich hoffe, es tut sich niemand weh. Ich baue das jetzt hier hin vielleicht. So, an den Weg. Oh Mann. Schauen wir mal. Wie war das? Die erste Regel des Fight Clubs ist, es gibt keinen Fight Club. Also. Es gibt ihn gar nicht. Das sieht ja witzig aus. Habt ihr das hier schon mal gesehen? Wie das Vieh hier lang? Das ist eigentlich witzig. Ach, der hat sich hier gerade aufgeladen. Die müssen sich, glaube ich, zwischendurch mal aufladen. So, irgendwas Neues. Die sind alle unterwegs. Sehr schön. Londoner. Ja, ja. Besorgen alle Hungrigen. Bauer eine Kampfarena. Tun wir gerade. Ja, sieht doch gut aus. Warte mal, das sind doch jetzt. Hersteller gerade wieder. Hungrig. Null von. Kalte Unterkünfte. Käpt'n. Einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in ihren Unterkünften. Ihr Argument, dass man bei Käthe schnell erkrankt wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Sie bitten, sie das Problem anzugehen. Zwei Tage nur. Oh je. Das heißt, wir müssen zwei Tage das hier fertig erforscht haben und und das Neue dann erforscht haben. Schaffen wir das? Doch, das müssten wir schaffen. Wie viele ist die Frage? Alle wird schwierig? Wir versuchen es. Wir müssen halt was Neues erforschen dafür. Gucken wir mal. Jetzt sind es... Hä, wieso sind das jetzt wieder Null von 22 Hungrige? Ach, Menno. Komm, denn die... Wir haben doch richtig scheiße viel Essen. Jetzt esst. Ich wollte gesetzt werden... Ja gut, aber das ist nicht unser Problem. Essen gehen können sie auf jeden Fall. Geht bitte mal essen. So, hier können wir auch gleich einstellen. Kampfarena gebaut. Yay. Achso, und hier ist ja schon fertig das Rohstoffdip. Hä, sieht das anders aus als das andere? Guck mal, das ist das andere. Das sieht doch anders aus. Das ist ja lustig. Okay. Holz brauchen wir mehr. So, dann hätten wir das. Holz wird jetzt auch gelagert. Sieht so aus, als hätten wir Holz verloren. So. Kampfarena. Hier werden... Ja, das wissen wir schon. Kampf findet um 23 Uhr statt. Oh Gott. Man sieht sogar, wer kämpft. Wow, das ist ein Detail. Nicht schlecht. Oh, Einwohner in der Nähe einer Kampfarena können einen blutigen Spektakel ablenken. Ah, das wusste ich nicht, dass es in der Nähe ist. Ach, dann hätte ich es doch ins Wohnviertel reingebaut. Hier ist ja gar nichts. Hier wohnen ja nur zwei Leute. Ach, ist das blöd. Das hätten sie einem ja mal sagen können, dass es in der Nähe sein muss. Jetzt überlege ich gerade, ob ich es wieder abreiße. Hier sind zwei Leute nur, die davon was haben. Ich weiß nicht, ob die ja auch was davon haben, weil sie gerade leuchten, wenn nicht nur das Sanitätsding. Ach nee, da passiert es gar nicht hier. Die nämlich markieren eigentlich nur die Sachen, die auch wirklich hier. Das zum Beispiel ist gar nicht markiert. Wirklich nur die Zelte. Hier ist es anscheinend anders. Okay. Ja, mal gucken, ob uns das was bringt. Vielleicht bauen wir halt noch eine. Irgendwo anders hin. Das hätte ich gern vorher gewusst. Na gut. Ist jetzt so. Okay, Hunger geht auch gerade zurück. Ist abends? Ja, ist abends. Gut, dann können die ja jetzt essen gehen. Dann ist das auch gleich beseitigt. Ich mach vielleicht mal ein bisschen schneller. Warte mal. Nee, ich würde gerne den Kampf sehen. Ich hab Angst, ihn zu verpassen, wenn ich jetzt so schnell mache. Ich will sehen, ob hier irgendwas passiert. Jetzt ist es gleich soweit. 23 Uhr ist es. Ich will nur mal gucken, was dann passiert. So, 23 Uhr. Also, sie stehen auf jeden Fall hier. Ach da, tatsächlich. Hier sieht man die Leute. Unglaublich. Ah, das ist vorbei. Und sehe ich, wer gewonnen hat? Die Arena öffnet um 19 Uhr. Jetzt ist es 19 Uhr, okay. Niemand kämpft. Ha. Das ist ja cool. 36 wohnen nah einer Kampf-Arena. Kaltes Zuhause, schlechtes Essen. Ich glaub, ich sollte mehr davon bauen. Dann baue ich die hier aber richtig ins Wohngebiet rein. Warte mal. Hier nehm ich eins, zwei drauf. Nee, das ist Quatsch. Hier wäre gut. Ja, schwierig. Hier war auch okay. Sind das hier noch Zelte? Ja. Ja, hier habe ich eine ganze Menge erwischt. So. Ja, das ist gut. So. Kampf-Arena. Haben wir noch eine? Vielleicht bringt das noch ein bisschen mehr. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich doch auch noch irgendwo Leute umsetzen. Oder nicht? Ich überlege gerade, was ich da machen wollte. Warum essen die denn auch nicht jetzt schon wieder? Immer noch einer, der Hunger hat und nicht essen geht. Hm. Eigenartig, dass er nicht essen geht. Dafür kann ich ja jetzt auch nichts, wenn er denn nicht losgeht. Also Freizeit haben sie gerade. Jetzt schläft er wohl wahrscheinlich. Okay. Hm. Kann ich gerade nichts machen. Muss das selber machen. So. Stell mindestens erträgliche Lebensbedingungen und Unterkünften sicher. Ja, das müssen wir halt noch. Da muss ich aber immer noch warten. Aber das dauert zu lange. Noch mehr Vandalismus. No. Was? Captain One? Okay. Die Londoner haben noch mehr Mauern beschmiert und fordern alle dazu aus, sich ihnen anzuschließen und die Stadt zu verlassen. Manche der Parolen sollen sie lächerlich machen. Man nennt sie einen unfähigen Anführer, der unsere Einwohner nicht beschützen kann. Ja. Schicken wir wieder die Wachleute. Ach, die Hoffnung sinkt gleich bei Wachleute. Das sind nur Worte. Ach so, macht's bei beiden. Okay, aber hier sinkt sie und hier sinkt sie nur leicht. Gut, dann nehmen wir das. Ja, schöne Hoffnung. Oh, guck mal, wie viel da runter geht. Ach, Menno. Das ist ja fies. Das ist ja total fies. Leute, geht essen. Ich brauch das hier. Hier müsst ihr nicht essen gehen. Vor allem, es gibt nur einen Hungrigen. Ich soll aber noch zwei. Menno. Noch mehr Vandalismus. Verprügelter Wächter. Captain, Mitglieder der Nachbarschaftswache, die die Parolen der Londoner entfernt haben, wurden angegriffen. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Wachstation zu eröffnen. Du hast drei Tage Zeit, eine Wachstation zu eröffnen. Die Unzufriedenheit sinkt. Die Hoffnung steigt. Also hier machen... Was machen wir hier? Drei Tage, eine Wachstation zu eröffnen. Und hier? Das ist auch dasselbe. Wir brauchen Wachen, um zurückzuschlagen. Wir brauchen Wachen, um die Stra... Hä, das verstehe ich nicht. Bei beiden wird eine Wachstation gebaut, aber hier sinkt die Unzufriedenheit. Ach so. Ach so, ich muss mich jetzt entscheiden. Ne, dann nehme ich die Hoffnung. Weil die gerade gefährlich runter geht. So, und dann bauen wir jetzt eine Wachstation. Ach, eine Wachstation. Ach, verdammt. Das ist ja gar keine Wachstation. Mist. Wie lange habe ich Zeit? Zwei Tage? Okay. Wird schwer. Vor allem, das ist jetzt noch ein... Oh Gott. Oh, oh. Da habe ich mich auf was eingelassen. Die Hoffnung ist auch so... Mist. Okay. Und sie haben drei Leute gewonnen. Ich reiße mir hier den... Also ganz ehrlich, ich reiße mir hier den Arsch auf für die Leute. Und dann sowas. Das ist ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Das kommt mir ein bisschen ungerecht vor. Ich wüsste gerne, ob das daran liegt, dass ständig Vandalismus ist, weil wir hier zu wenig Leute vielleicht in den Wachtürmen haben. Ich weiß es nicht. Ob das damit zu tun haben kann. Wir könnten hier noch einen Wachturm bauen, weil hier keiner ist. Oder wir wachen... Nee, dann warten wir auf die Waschstation. Ah. Gemeinheit. Stimmt, ich wollte das mit dem Stahlwerk mal ändern. So. Moment. Nee. Ach, bitte da. So, wir ändern das mal um. So, weil ich hier auf jeden Fall volle Punkte haben will beim Sägewerk. Und hier ist es nicht so wichtig, weil wir gerade genug Stahl haben. Da sammle ich lieber mehr Holz. Das braucht man halt dann auch, um die ganzen Sachen zu bauen. Ach, es wird gerade echt hierdurch ein bisschen schwierig. Das macht mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Wir haben ja sehr viele Leute gefunden zum Glück. Aber ich habe schon ein bisschen Angst, wenn die alle weg sind. Und vor allem, dass hier alles nicht klappt. Weißt du, das Essen ist da. Aber sie essen nicht. Das ist... Ich weiß, sie essen nur, wenn sie Freizeit haben. Aber das kann ich ja nicht... Ich kann ihnen das ja nicht befehlen. Und jetzt ist halt schon wieder noch ein Tag und die gehen nicht essen. Wo sind jetzt die andere Kampfstationen? Hier. Wird gerade noch gebaut. So. Okay. Und so viel Neid ist, glaube ich, gerade gesunken dadurch. Jetzt haben wir eine neue Kampfarena. Öffnet um 19 Uhr. Aber hier kämpft niemand. Steht da. Wollen die nicht? Oder kommt das dann erst? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das erst um 19 Uhr eingetragen. Da müssen wir jetzt warten. Die sieht jetzt hier aus. Die sind gleich da. Das ist schön. Das können wir hier machen. Oh, was ist jetzt passiert? Aus dem Posten erforscht. Sehr schön. So, dann jetzt ganz schnell. Was brauchen wir? Waschstation kommt durch das Gesetz. Erträgliche Lebensbedingungen. Heizung also. Steigt das? Ne. Die wollen unbedingt Heizung haben. So. Hier haben wir... Ne, das bringt uns nichts. Ermöglicht die Erhöhung der Temperaturen. Einwärme zum 2-Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv. Ja, das ist halt die Frage. Was ist denn eine Generatorüberlastung? Ja, was heißt Heizkörper erhöhen? Erhöhen die Temperaturen, verbesserte Heizkörper erhöhen? Erhöhen die Temperaturen Arbeitsplätzen? Ne, wir brauchen es ja bei den Leuten. Das Dampfzentrum wäre eine Idee. Die Baracken auch. Das ist nun die recht wetterfest ist. Ob das denn schon reicht? Wir müssen die halt erforschen und auf die Häuser, glaube ich, raussetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die jetzt alle auch nochmal draußen... Das würde keinen Sinn machen. Da müsste ich ja die Zelte abreißen. Ich denke, die Zelte wären irgendwie dann aufgebessert zu den Dingern. Ich hoffe, dass das hier... Ja, das Problem löst. Ich weiß es nicht genau. Schauen wir mal. Vielleicht hätten wir auch ein Dampfzentrum machen müssen. Das kann ich aber... Ja, weiß man halt vorher nicht genau. Ich würde gerne die Hoffnung irgendwie noch hochkriegen. Ja, aber das kann ich gerade nicht machen. Essen ist jetzt besiegt. Na, super. Es gibt keinen Hungrigen mehr. Was soll ich denn versorgen, wenn es keinen Hungrigen gibt? Das ist ja ganz toll. Keine Ahnung, wie wir das jetzt erfüllen sollen, wenn hier gar kein Hungriger ist. Das macht keinen Sinn. Dann muss jetzt innerhalb eines Tages mal einer hungrig werden und versorgt werden. Toll. Ah. Lager der Amerikaner. Im Lager ist keine Menschenseele. Wir haben etwa ein Dutzend abgemagerte Leichen gefunden. Erstaunlicherweise sind die meisten Invalide, Personen mit Prothesen. Und da meckern die bei uns. Wisst ihr, da meckern die. Und hier liegen überall Leichenverhungerte. Also ganz ehrlich. Entschuldigung, aber das... Lager der Amerikaner. Verhungerte Amerikaner. Das Lager der Amerikaner war mit allem gut ausgestattet, außer mit Nahrungsmitteln. Als wir die Zelte durchsuchten, fanden wir noch mehr Opfer. Das war das Hungers. Die meisten von ihnen tragen abgenutzte, aber sehr fortschrittliche Prothesen mit dem Firmenlogo Tesla Manufacturing. Wir können sie nur begraben und ihre Ausrüstung an uns nehmen. Wir haben noch eine Siedlung gefunden. Okay, Stahl und ein Dampfkern. Sehr schön. So, wir sind hier. Wir könnten weitergehen. Das tun wir auch. So, ich gehe zurück. Die brauchen noch einen Tag. Wow. Drei und zwanzig Leute. Wir kommen mal. So ärgerlich. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich kriege die hier echt nicht mehr. Noch zehn Tage verbleibend. 23. Können sich immer noch anschließen, weil die Hoffnung so gering ist. Kann ich leider gerade nichts tun. Die bringt ja auch keine Hoffnung in die Kampfarena, sonst würde ich davon einfach 100 bauen. Das war nur Unzufriedenheit. Die Hoffnung. Oh Mann. Bei Glauben wäre es bestimmt leichter gewesen, den Glauben, die Hoffnung zu stärken, denke ich mal. Da hätten wir es vielleicht ein bisschen leichter gehabt. Baracke erforscht. So, jetzt müssen wir schnell sein. Die Baracke. Unterkunft. Recht wird er fest. So, wie mache ich... Ja, geht tatsächlich. Okay, dann mache ich das jetzt auf die äußeren. Weil denen ja wahrscheinlich so kalt ist. So. Wir haben sogar recht viel, um das zu machen. Das braucht Holz, ne? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. 20 Holz, 10 Stahl. Gut, haben wir alles. Dann bin ich mal gespannt, ob das denen reicht. Wie viele? Drei. Achso. Und wir können natürlich weitermachen direkt. Wärmedämmung. Speisehauswärmedämmung geht auch. Okay, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Wobei ich erstmal gern sehen würde, ob es klappt war. Ansonsten können wir immer noch ein Dampfzentrum machen und haben dadurch wieder mehr Wärme gewonnen. Dann gucke ich vielleicht gerade erstmal. Das ist ja sehr schnell gebaut. Hier, dann gucken wir mal, wenn das hier fertig ist, ob dann, ob dann besser ist. Ob das hier funktioniert. Ist auch schon fast vorbei. Ist nicht mehr so lang. Huch, haben sie gebaut? Es hat nicht funktioniert. Verdammt. Die Baracke ist gebaut. Hier, 0 von 3 immer noch. Okay, das war nicht das Wärmeslösung. Seltsam. Das müsste ja eigentlich wärmer sein. So habe ich mir das zumindest gedacht. Gucken wir mal rein. Die sind eiskalt. Sehr schön. Na super. Kalt. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Was ist hier? Kinderheimkühl. Das könnten wir eigentlich mal hochsetzen. Aber die arbeiten auch so, ne? Da wird's nicht... Da wird, glaube ich, auch nichts hier besser. Das ist denen egal. Ja, das ist denen vollkommen egal. Risiko krank zu... Achso, aber die werden dann natürlich auch krank, wenn wir das nicht machen. Die Kinder. Ah. Sollte man also vielleicht doch lieber auch anmachen. Da muss ich aber erst mal auf die Kohle schauen. Was seid ihr hier? Das sind die Sammelstationen, oder? Ah. Nein, ich will doch nur gucken. Ja, die Sammelstellen. Oh Gott. Okay, wir brauchen was anderes. Hat, glaube ich, auch keine Wärmezone. Entschuldigt. Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich das jetzt. Eine kleinere Wärmezone um sich herum. Okay. Geht nicht anders. Sieben Stunden dauert's. Schaffen wir das. 23 Stunden. Wow, das ist nicht mehr machbar, glaube ich. Hat das gemacht? Ja, doch. Weil man hier gar nichts... Hä, man sieht hier gar nichts. Dampfzentrum 0. Macht das auch? Aber das muss auch noch gebaut werden, ne? 23... 22 Stunden jetzt. Warum ist das auf 0%? Macht was? Hallo? Weil... Oh, weil keine Arbeitszeit ist. Oh, nein. Das haben wir verkackt. Nur weil diese doofen Baracken nicht funktioniert haben, haben wir das verkackt. Ach, das ist doch ärgerlich. Das ist doch einfach nur ärgerlich, weil ich... Natürlich denkt man sich, dass die Baracken das machen würden. Ich meine, wozu sind denn die Baracken da? Ja. Ich mach das trotzdem noch hier rauf. So, aber das ist natürlich jetzt mega doof. Ist hier hinten noch ein Zelt? Ja. Ach, verdammt. Das ärgert mich so extrem gerade. Das... Deswegen haben wir es jetzt nicht geschafft. Mist. Ne. Ist jetzt so. Können wir nichts mehr machen. Ist jetzt leider so. Wie sieht es denn hier mit Patienten aus? 5 von 5. Die sind auch schon wieder voll, ne? Alle. Warum haben wir jetzt Obdachlose? Achso, solange gebaut wird, oder wie? Das könnte sein. 5 von 5. Wow. Die sind auch schon wieder voll. 4 von 5. Weil es so kalt war wahrscheinlich. Wenn die Baracken gar nichts helfen, wozu mach ich die denn? Ich frage mich jetzt ehrlich, wozu... Wozu baue ich denn die Baracken? So sind... Ja. Hat funktioniert. So. Hier sind jetzt schon wieder Kranke. Ja, toll. Der letzte Hungernde hier ist auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Das wird wahrscheinlich auch noch ins Leere laufen. Ganz toll. Nur weil gar keiner hungert. Das ist doch... Das ist doch irgendwie ungerecht. Ich meine, es hungert niemand, weil wir genug Essen haben. Und deswegen funktioniert die Aufgabe nicht. Nicht sehr fair. Gar nicht fair. Es läuft gleich ab. Ja, und hier passiert halt nichts. Ach, Mann, ey. Hätte ich das bloß gleich gemacht. Das ärgert mich. Dann brauche ich es ja gar nicht erforschen eigentlich. Dann... Was? Stellen wir uns... Warum ist jetzt eins gestiegen? Wie konnte das jetzt geschehen, dass es gestiegen ist? Weil ich das hier angemacht habe? Warte mal. Ich habe hier aus Versehen von dem Wachtturm die Heizung angemacht. Reicht das auch schon? Ist das für die schon vielleicht doch eine Steigerung? Wo kann ich noch anmachen? Sonst gar nicht hier. Bringt das was? Woher kommt der eine auf einmal? Weiß es nicht. Ich habe jetzt Heizung auch in den anderen angemacht, weil da passiert nichts mehr. Sind auch noch nicht warm. Warum noch nicht? Passiert gerade leider nichts. Aber hier steht ja in Unterkünften. Das ist ja eigentlich kein Arbeitsplatz, oder? Und hier kann ich das leider nicht machen. Oh, die sind... Hier ist einer leer. Okay. Speer angekommen. Und die Londoner haben schon wieder Anhänger bekommen, weil die Hoffnung einfach nur im Arsch ist. Okay. Ja, ich bin gerade wirklich ein bisschen verärgert. Ich glaube, man merkt es mir an. Ist aber auch kein Wunder. Diese Siedlung scheint verlassen zu sein. Sie besteht aus mehreren Holzhütten, die jetzt völlig leer sind. Im Zentrum steht ein aufrichter Felsen. Temporäre Siedlung. Denkmal des Unrechts. Im Zentrum der Siedlung steht ein aufgerichteter Felsbrocken. Jemand hat eine Botschaft in seine raue Oberfläche gemeißelt. Möge der Allmächtige dem Genie vergeben, das menschliche Leben im Namen des Fortschritts geopfert hat. Denn wir können es nicht. Die Vertriebenen aus Tesla City. Wir werden das Denkmal nicht anfassen, wollen aber die Hütten abbauen, um an den Zolz zu kommen. Und wir haben noch was gefunden. Weiter. 16. Zur un... Was ummauerter Kolonie. Recht große Siedlung. Von einer niedrigen Mauer Stein als Schnee. Nichts bewegt sich. Kein Rauch ist zu sehen. Oder ein Fischerdorf. Ein kleines Dorf an der Küste des gefrorenen Meeres. Dort ist eine Reflexion zu erkennen. Könnte es offenes Wasser sein. Ich gehe mal hier hin. So. Oh Gott. Wir verlieren alle Leute, die wir haben. Was ist jetzt passiert? Das Gesetz ist vorbei. So. Wach. Wachstation. Ja. Wachs Pause. So, das machen wir jetzt noch. Bevor die Zeit vorbei ist. Ähm. Wo bringt mir das denn überhaupt was? Hier vielleicht? Ne. Das bringt gar nichts. Hier wohnt ja keine Sau. Bringt das mir jetzt mehr als das Ding da? Ich weiß es nicht. Hm. Ist das sinnvoll? Ja. Wo mache ich jetzt mal? Zwei, ne? Ja. Weil anders stehen eigentlich Wachtürme. Ist ein bisschen vergebens grad. Ich kann auch nichts wo hinbauen. Nicht genug Stahl. Oh. Jetzt haben wir auch nicht genug Stahl. Verdammt. Ah, beeil dich. Ne, du nicht. Die hier. Ja, dann muss ich kurz nochmal um... Aha. Nicht so weit raus. Ich will eigentlich die Folge beenden. Ich hab keine Zeit. Mensch. Ne. Machen wir aber ganz voll. So. Dann würde ich hier jetzt erstmal die Folge beenden. Ihr seht, langsam kommt ein bisschen Chaos ins Ganze. Es ist nicht mehr ganz so leicht, die Aufgaben zu erfüllen. Vor allem, wenn die Leute einfach nicht essen. Es gibt einfach keine Hunger. Denn ich kann ja nichts dafür, dass ich die Aufgabe da nicht erfüllen kann, weil niemand hungert. Ach, Mensch. Na gut. Dann, ähm, wenn ich die Folge verhindert, gerne ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Und denk dran, immer schön essen.